Das ist ja hier absolut cool. Und was machen wir hier? Wir suchen Motor, Alter. Deswegen sind wir hier. Motor? Das ist ja cool. Wofür denn nühe? Für das Dragster-Rennen, weißt du noch? Ach ja. Boah, das ist ja ein cooler Motor. Nee, der ist viel zu klein. Ach ja, zu klein. Boah, also der ist ja cool. Hast du ne Kreditkarte auf Tasche? Jetzt guck dir diese Loser an. Die pusten wir ins Abseits. Voll abgemockert ohne zu filtern. Mach mal das Fenster auf, Alter. Geht nicht. Der Fensterheber ist kaputt. Eins, zwei, drei, los! Zube 1, zünden! Puh, ist das wieder heiß heute. Super-Airbag! Hey, sag mal, war das da nicht gerade Supertyp? Und seine Super-Pro-Backen? Hm, hier riecht's nach der 69, Ende Kross gebacken. Extrem feuerlöschig! Schlecks! Die Spülung ist klemmig! Vielleicht schiebst du lieber noch ne Kohle nach. Oder du hast das Wasser total vergrault. 17 Cheeseburger bitte mit extra Gurka. Ja, für mich auch. Los aus dem Weg, ihr Stauverursacher! Hier ist Parkverbot! Los aus dem Weg! Und gehupt wird auch nicht, zumindest nicht in meiner Innenstadt. Und wir haben noch extra Feuer gehubt! Hey! Seien Sie still! Dieses Auto hier ist beschlagnahmt! Mittagbrot! Fette Sache! Was liegt denn an, Alter? Äh, Wachtmeister, du bist über unser Essen gelahnt! Dürfte ich dann bitte den Führerschein sehen? Na, wo haben wir denn den Lappen? Ist übrigens mein Lieblingsbild! Tut mir leid! Dann werden Sie wohl noch mal zur Fahrschule müssen, Sir! Ha ha ha! 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 Alter, das ist ja abgefahren! Tja, Hunger macht mich eben kreativ! Ha ha ha! Irgendwas müffelt hier Käse ich! Ha ha! Ein Monster! Ha ha! Ich glaub, das ist er! Ein hüpfiges Gemälde! Der zahnlose Knochensack soll wohl unseren Fahrlehrer mimen! Der soll sich erst mal unterm Arm waschen! Herzlich willkommen in der Fahrstuhle! Gestatten, mein Name ist Lustig Crone und ich bin euer Fahrlehrer! Zunächst mal müsst ihr meine Fragen richtig beantworten! Habt ihr verstanden? Hup! Entschuldigung! Dann fangen wir mal an! Die allererste Frage lautet, was ist das? Das Auto links hat die Heizung und rechts die Klimaanlage an! Das ist eine vegetarische Pizza! Vogelperspektive! Hier haben wir einen Puschgänger! Den überfahren wir? Auf keinen Fall! Das ist doch diese zahnlose Müffelminke! Ach so, das war eine Fangfrage! Und das hier? Eine Tomate, die nicht erkannt werden will! Und das? Memory! Also, wir haben bestanden, oder? Und zwar erst glatt, oder wer? Dann wollen wir mal sehen, wie ihr euch in Praxis zum Teil macht! Jetzt werbt eure Motoren an! Cool! Fahrendes Oberkuhler! Tja! Ihr habt gleich die rote Apfel überfahren! Gern geschehen! Da kennen wir nichts! Hey, Alter! Geh in die Klötzer! Ich will mal ratztifatz anhalten! Anhalten? Echt? Hey, willst du einen Brathahn? Zwar klein, aber oho! Wow! Hier kann man ja flippern! Wow! Hier kann man ja flippern! Hahaha! Hahaha! Wie viele Punkte gibt's denn für'n Hund? Zehn! Und für die Oma, da gibt's 50! Dann sind das zehn Punkte für mich! Und hundert für die Pollente! Und wie viel gibt's für die zahnlose Müffelninker? Gar nix! Das ist ne Fangfrage! Äh, jetzt haben wir aber bestanden, oder? Pappe her, aber ein bisschen pronto! Also, ich befürchte, das ist leider unmöglich! Na, vielleicht können wir ja einen Deal machen! Ein Extremdeal! Bäh! Da fehlen aber noch fünf Dollar! Torilette! So, und hier ist der Pyrotechn! Bitte! So, jetzt wird's spaßig! Hast du die Kreditkarte auf Tasche? Oh, mach ne Durchlüfte! Sonst extremer Sticking! Bewegungsmelder ist aktiv! Warte, geht's los! Und das ist Ihre Hälfte, Partner! Rationiere! Und was ist das? Rauchen verboten? Sauberlich! Wollt ihr nicht einfach zahlen? Auf keinsten! Wir wollen noch mal spielen! Wir sehen unsfestiv in den nächsten Mal! Wir sehen uns auf keinen Hälfte, Schuss!